Hallo ihr Lieben! Heute nur eine ganz, ganz kurze Ankündigung für euch und zwar machen wir am Sonntag, dem 9. Juli, also jetzt der nächste Sonntag, der jetzt kommt, mal wieder ein Hangout und zwar auf meinem Kanal hier bei mir. Es wird auf jeden Fall dabei sein die Niki von den Librellis, die Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt und die liebe Annika vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, da noch mit dabei zu sein. Aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass wir am Sonntag ein Hangout machen. Wir wollen einfach mal so ein bisschen über das bisherige Lebensjahr quatschen und über die Bücher, die wir gelesen haben, über beendete Reihen vielleicht noch und was halt alles so im ersten halben Jahr so passiert ist. Und ihr könnt uns natürlich auch wieder jede Menge Fragen stellen. Darauf freuen wir uns natürlich auch. Und ja, ansonsten gibt es auch mehr nichts zu sagen. Achso, das Hangout startet diesmal etwas später. Wir haben uns jetzt auf 19.30 Uhr geeinigt. Zum einen, weil es bei uns allen von der Zeitplanung her am besten gepasst hat und zum anderen auch, weil natürlich auch viele Abonnenten das letzte Mal gesagt haben, ihr wart zu früh, ich war noch gar nicht zu Hause. Und wir deswegen auch dachten, wir machen es später auf jeden Fall, dass vielleicht auch ein paar Leute diesmal mehr mit zugucken können. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch gar nicht von mir zu sagen. Ihr wisst Bescheid, Hangout am Sonntag um 19.30 Uhr auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht am Sonntag. Bis dann. Ciao!